Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit Pulitzer und schon wieder MTB. Letzten mal endlich auf Urlaub zu haben. Warte mal, ihr habt beide gerade Urlaub und man stimmt halt. Ja und wir fahren heute das 7.3er Deck der Russen. Ja einige interessante schicke Fahrzeuge dabei. Leider direkt auf 8.3 hochgetiert, also schauen wir mal wie das wird. Wird super. Solange Pulitzer nicht hier sagt, was ist dein typischer Satz? Neues Glück, neues wie? Neue Runde, neues Glück, aber es ist ja erst die erste Runde. Ja eben, also. Kann ich erst mal zwei Runden sagen. Nein, lass es bitte. Ach doch. Ja gut, aber die IS-6 interessiert es nicht, ob die 8.0 ist oder? Mich interessiert aber, was da vom Gegner kommt. Gut, das Campen brauchen wir ja gar nicht mehr versuchen. Ich fahre rechts an der Stadt lang. Die IS-6 ist ja eigentlich ziemlich fix, aber die sind alle fixer. Mhm. Also ich hab die IS-3 schneller in Erinnerung. Die ist irgendwie ziemlich langsam geworden. Deswegen spiel ich die auch kaum. Ich hab die letztens irgendwann freigeschaltet, fand die total doof, weil sie so lahmarschig war. Ja. Hab sie wieder eingemottet quasi. Sie hält halt, sie hält halt mehr aus als die IS-3, äh, IS-6. Äh, das ist ein AML, der hier hinter dem Wrack steht. Okay, hinter dem Falconwrack meinst du? Ja. Er stirbt jetzt aber. Ha! Ne, ist eh Land gewesen. Ja gut, selbe in grün. Thank you very much. Aber die Dash gar weggelt gegen sowas. Okay, das ging drüber. Ich weiß nicht, was da aufgeklärt ist. Sehe es leider auch nicht. Oh, links zu mir ist auch tot. Oh, toll. Thorsten, lass mir mal was übrig. Ey, ich kill die ja nicht, das ist ja das Traurige. Ah, kann die prashen, ey. Au. Da. Mir wurde die Kanone wieder rausgeschossen. Alle schneller als wir, die Schweine. Mag mir jemand operieren? Töte ist... Hallo David, schön, dass du da bist. Ich bin angekommen. Ja, und kannst direkt was Nützliches tun. Ja. Gut, schießen kann ich hier eh nicht. Also mich hat's zerrissen sofort. Was hat er geschossen? Mit Hash oder APDS? Hab ich nicht mehr drauf geachtet. Hab's direkt weggeklickt, weil ich so sauer war. Okay. Ja, gut. Das ist auch nicht die beste IS-Map, muss ich sagen. Kann besser. Wie viel Depression hat die IS-6? Zu wenig. Fünf oder so. Ach, komm. Ich weiß das gar nicht. Warte hier, Mensch. Ist das? Nee, drei. Entschuldigung. Ja. Fuß hab ich, glaub ich, ja. Die ist noch, äh, noch steifer als die meisten anderen Russen. Hö, hö. Ja, gut. Kann nicht mehr schießen. Wenn man seine leichte Position hat, dann ist es übel. Kannst du herkommen? Ja, sorry, wenn ich jetzt zu dir fahr. Ja, klar. Alles gut. Hier steht einer. Nee, echt. Der hat nur David grad getötet. Der ist es. Es sind zwei. Dann, warte mal. Dann mach ich dir jetzt mal einen weg, kurz. Wenn's klappt. Ah, attacken zu kurz. Okay, ich krieg irgendwie HI ins Gesicht. Kann doch Hash sein, ich weiß nicht. Wird, wird, wird schon wieder super. Ich liebe Abtiers. Ihr auch? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit Hash schießt. Also der vor dir dürfte wahrscheinlich eher mit Heat schießen. Kein typisches Loch im Gesicht. Eher so Zeug. Es ist eher aus, als wäre ich mit MG beschossen worden. Deswegen glaube ich, dass es Hash ist. Ich glaube, das wird nicht richtig dargestellt, teilweise. Au, au, au. Bleib, 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 bleib. Gut Tag. Ich hab'n Kill. Bin so glücklich. War das jetzt einer von denen, die da... Das war einer, der direkt bei mir stand, quasi. Okay. Dann steht da noch einer. Ich guck mal, ob ich in B reinkomme. Ich brauch Crewmates, ich hab' nur noch zwei. Oh verdammt. Was denn? Wo? Von B. Okay. Ich da mal hin. Das sind zwei Leute. Marder und... Was? In B? In B oder auf dem Hügel. Du kannst doch gar nicht... Ach so. Also zwischen unserem Spawn und B meinst du? Ja, weil... Ja, ist grad markiert. Das sind zwei Leute. Da steh' ich grad daneben. Und ich hab' mich ein bisschen geholtet. Der hätte ja dann... Okay, hier ist aber definitiv auch einer in der Stadt drin. Den musst du jetzt holen, wenn nicht bin ich tot. Ich tease ihn mal an. Alter, ich hab' aber auch Glück. Ich komm immer einen Moment zu spät heut. Oh ja, hi. Loil. Let's go, G-Set. Ja, ja, ja. Alter, da ist der... Da ist noch einer. Ja, einen Marder hab' ich erwischt. Du bist doch gar keinen Marder, du bist... Ja, ich hasse es, wenn sowas passiert. Bin auf dem Weg. Wo ist der? Nix. Nix ist hier. Hier ist ein Wiesel vor mir. Links neben mir. Ist jetzt hinter mir. Der hat mir tatsächlich sinnvollerweise als erstes mal schön die Dashka rausgenommen. Äh. Ich schmeiß jetzt gleich Artie auf mich. Loil. Wo kam der jetzt her? Von rechts, oder? Von links. Also von dir aus rechts, ja. Von A aus. Ne, von T aus. Ich verwirre mich selbst. Ich verstecke mich jetzt mal in der Stadt. So ein Frechdachs. Ach David, warum werden wir denn hier schon wieder beschossen von wo denn? Von oben. Geht schon wieder gut los. Wie, von oben pro Flugzeug, oder was? Ja, klar. Komm, die schießen wir mit einer Doppel-Heat, äh, Doppel-Heat weg. Ich wollte gerade sagen, ihr sitzt doch im perfekten Fahrzeug dafür. Ja, aber wenn man nicht schießen kann, dann geht das nicht. Wie so im perfekten Fahrzeug. Hat die Proxy-Shell? Ja. Und die habe ich leider noch nicht. Wie schade. Was pfeift ihr denn so lange? Alter. David, du Verräter. Ja, ja, ja. Ist ja unfassbar. So, Nummer 1. Alter, sind das viele. Ja, ich komme mit dem Flieger. Vielleicht kann ich was machen. Hier Stück, glaube ich, noch. Ja, da fliegt noch der David rum. Ist das der? Ja, ich glaube, das ist der dahin. Die komische P-51. Oh, ne, jetzt bin ich eh tot. So, ich versuche es mal mit einer Flak. Viel Glück gegen drei Flieger. Ja, Mann, ich habe die Prager. Prader, Alter, Prader. Ich habe die ZS U-57-2. Jetzt geht's ab. Wenn die wenigstens die Proxy hätte wie die WZ, wäre das so ein gutes Ding, ne? Komm, komm, komm. Okay, das sind vier Flugzeuge. Ich glaube es nicht, dass ich liebsten führender bin mit dem niedrigsten Fahrzeug, was möglich war. Bei der Prager weiß ich manchmal nicht, wie weit ich vorhalten muss. Ja, das kenne ich. Oh, da kommt der SK-60. Wie schön, hallo. Haben der SK-60. Weg mit. So, Rache ist Blutwurst. Ich mache das jetzt auch mit der ZS U. Wenn David das kann, kann ich das auch. Du hast die Vampire, ja. Cool, wir sind noch zu drü... Ne, auf A im anderen Fall. Das brauchen wir noch zu drüben. Ja, ich wollte... Was habe ich gesagt über die WZ? So Proxy-Shails sind schon was Schönes, ne? Ja. Sind sie. Ja, äh... Next. So kann ich aber mein BTR nicht erforschen, ey. Hehehe. Ich will auch Urlaub. Naja. Ja, das Jahr ist Essig bei mir. Ich habe nicht mehr so viele Urlaubstage. Okay. Und um Weihnachten will die Familie auch noch ein bisschen vom Kuchen, leider. Hm. Ich habe noch zwei freie Urlaubstage. Der Rest ist ja alles schon verplant. Den muss ich ja nehmen über Weihnachten und so. Deswegen, hm. Ich will überlegen, ob ich den 2. Oktober noch irgendwo erbetteln soll. Naja, der ist ja bei uns auch schon verplant, direkt am Anfang des Jahres. So, ich war schnell beim BTR zu C. Achso, ihr habt das auch bei der Firma so, dass das direkt eingetragen wird. Ja. Eigentlich ist das... Also, geht eigentlich nur mit Zustimmung. Aber... Wenn keiner in der Firma da ist, macht es halt auch wenig Sinn, sich da hinzusetzen. Ja. Wobei ich bei meinem Job eigentlich auch die komplette Firma leer sein könnte. Aber... Von mir aus. Aber ich finde es halt über Weihnachten so dämlich. Das sind dann immer irgendwie teilweise 16 Tage oder so frei. Ja, das ist ja insgesamt ganz nett. 16 Tage? Aber... Alter. Da ist halt noch ein, meine ich. Aber es ist halt dann trotzdem irgendwie doof, weil in der Zeit könnte ich echt was wegschaffen, wenn mir keiner auf den Sack geht. Aber geht halt nicht. Die wollten nicht warten, das tut mir leid. Tja. Ich überfahre einfach alle. Ich mag das. Guck mal, das SD Kfz 222 kann ich einfach... Da kann ich einfach drüber latschen. Oh, David hat wieder seinen süßen Skin drauf. Hm. Süße Skin. Ach, der hat ein ganz lustiges Bildchen auf seinen Panzer gemalt mit dem russischen Bär, der die Bombe hält über dem Kopf. Das ist halt wieder so ne Map, also IS-6 brauchst du hier eigentlich nicht auspacken. Nee. Also hier brauchst du Gun Depression oder was Schnelles. Ich versuch's trotzdem mal. Vielleicht sind die Gegner ja blöd genug. Das ist die Auswahl. Entweder gute Gun Depression, gutes Gelände oder dumme Gegner. Am besten alles zusammen. Will ich auch machen. So. Einen dummen hab ich schon mal gefunden. Hier steht auch noch einer hinten dran. What just... Warte mal. Achtung, da steht einer. Nein, da steht ja noch einer. Alter. Jetzt kommen die so alle über den Hügel gekrochen. Oh, es ist verlockend, die P8 zu nehmen, aber nee, dann bin ich raus. Komm, nehmen wir mal die IS-3. Läuft jetzt vor ein Teil im Spawn an, ey. Oder auch nicht. Ah, cool, ich hab wieder einfach keinen Hitmarker bekommen und mein Fahrer war tot. Sehr gut. Das ist so nervig momentan. Ich find die IS-3 pottenhässlich, muss ich sagen. Also dieser Turm gefällt mir so gar nicht. Das sieht aus, als hättest du denn irgendwie einen IS-6-Turm genommen und mit der... Wie beim Kochen, wenn du mit der Fackel über den Käse schmilzt, weißt du, so über die Wanne geschmolzen. Ja, der ist aber tatsächlich noch ein bisschen runder. Also bei dem bounced sogar noch häufiger was. Der IS-3-Turm ist abartig stark. Aber scheiße sieht auch aus, ja. Ja. Aber ich find vor allem bei dem richtig, wie ich find, ist halt die Vorderwanne. Ja, das stimmt. Dieser, dieser... Komm ich schlecht durch. Dieser Trainplow, der macht halt die Panzerung extrem stark. Du darfst dich aber halt nicht winkeln mit dem Ding. Nein. Aber der ist echt... Der hat mich... Also das Fahrzeug hat mich schon häufig zum Verzweifeln gebracht, wenn ich's gegen selbst... Also wenn das Ding top tier ist und am besten du noch irgendwie als 6-0-er ihn triffst, dann ist Sense. Außer du hast Heat dabei. Nee, ich find auch Heat bringt nicht so super viel. Also kann, muss aber nicht. Mensch, hätt' ich, hätt' ich gerne ATGMs oder, oder'n Stabilisierer oder'n Laser Rangefinder. Und wieder, der steht einfach da hinten. An der einen langen durchgängigen Straße steht der, äh, 103er. Durchgehende Straße? Also entweder da... Oder... Da... Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ich glaube da... Bei der C-Seite. Ich sehe es als mein Problem, wenn ich dann irgendwann mal da bin. Der IS-3 ist halt leider nicht wirklich schnell. Vor allen Dingen unausgebaut. Na gut, aber... Im Vergleich der IS-6 rennt ja wirklich. Brauch' er ja auch nicht, ne? Seine, seine Panzerung ist sein Kapital und da muss man auch nicht schnell beim Gegner sein. Da kann er warten. Mhm. Also ich versuche jetzt den 103er zu kriegen. Ah! Wenn's unter dem, unter dem Kopfhörer juckt. Furchtbar. Hier steht er. Nee, das ist nicht der. Das ist ein anderer. Ach komm! Wie war das mit Heat? Kommt der eine Laser Rangefinder um die Ecke und klickt mich einfach weg. Ich dachte, der ist weitergefahren. Hätte mich nicht gesehen. Verdammt. Ja, dann wird's halt jetzt doch ein Flugzeug. Mhm. Mh. IL-10, 15 Kilometer raus. Easy. Also hier hinten steht einer. Ich find die IL-10 ja echt schön. Fuck. Aber sie fliegt sich leider nicht so gut wie die IL-2. Mhm. Habe ich nicht. Okay, es gibt noch mehr von den Stritzwagen 103 hier unterwegs. Ich bin gleich da demnächst. Wenn du's mir dann irgendwie grob markierst, versuche ich sie rauszubonden. Einer ist Richtung deren Spawn auf jeden Fall. HKP-2. Ist das der Hubschrauber? Ja, der schwedische mit den... Sind das nicht diese 3 Kilometer-Raketen oder was? Der müsste doch Sauer am Schlachtfeld sein. Ja, ich hab den gesehen. Der war hinter deren Spawn. Okay, ich geh mal kurz. Und der ist tot. Moment mal. Gepard. Ja, wie gesagt. Unser Abtier ist wieder voll mit uns. Also die Runde hab ich bis auf den Cap nix gemacht. Und ich wette, wenn ich am Schlachtfeld ankomme, kriege ich direkt vor dem Radar... ...flack gedüns das Gesicht frisiert. Da hab ich noch nix von gelesen. Aber wir haben leider auch nix in der Luft, ums zu bezeugen. Ja, ich bin das erste, was jetzt angeflogen kommt. Und wahrscheinlich auch das letzte. Aber ist komisch, weil wir eigentlich das Team als... ...ne ganz gute Runde fährt. Theoretisch. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Das ist unsere Flak, die da schießt? Ja, hier ist der. Und der Dreier. Und der Dreier. Bin im... Und hier ist noch einer. Hier. Sitz die Markierung? Ja, ziemlich genau. Ich kann jetzt nicht mehr markieren. Ah kack, da ist noch einer an der Seite links. Ich... ...habe ihn nicht gesehen, aber ich habe was mitgenommen. Da ist noch ein EKV. Also heute bin ich noch Prügelknabe. Du sag das... Was mach ich denn die ganze Zeit? Ich werde auch nur verprügelt. Ja, ich bin aber schon viermal gestorben. Zweimal gestorben. Machen wir jetzt... ...vergleich. Häufiger stirbt. Ja. Weißt du? Ja. Auf jeden. Ich fühle mich... Ich fühle mich sehr wohl in der Luft, wenn so Dinge am Boden stehen. Ja, ne? Ich komme dann nochmal mit der Prade. Ja. Ja, der SU ist das Beste. David, siehst du irgendwas? Hm... Da ist was. Dürfte der... ...entweder die EKV oder der 103er sein. War glaube ich der EKV, der da außen stand. Oh, da ist noch was. Das ist der EKV. Wo David jetzt markiert hat. Machen platt. Versuche ich. Oh verdammt, war drüber. Ne, das ist er nicht. Das ist was anderes. Holkert war das. Hab ich. Hm, der EKV hat den nächsten. Und die M163 hat den nächsten. Dann ist der EKV da. Da, 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 da. Steht der? David, wie lange brauchst du noch? 20 Sekunden. Bin auf dem Weg. Oh, sieht ein bisschen mitgenommen aus vorne. Irgendwelches Rohr. Das da. Oh, die ist für eine Bärenfamilie. Ja. Radfahrzeug am Hang. Beste. Ah, ok. Der EKV ist raus. Und dann hole ich mir jetzt... Ne, wo ist der 103er? Das ist eine von diesen berühmten Runden, die man eigentlich nicht zeigen möchte. Ah, das ist noch ein EKV. Genau. Wer ist denn der markierte da, der Heavy? Das dürfte der Superbias sein, der vorhin schon da stand. Der ist jetzt aber tot. Da ist noch was. Dachte ich... Wo kommt jetzt die Rakete her? Ah, direkt von vorne von meiner Wanne aus. Okay. Ja. Interessant. Wir haben vielleicht sogar gewonnen und jetzt verlieren wir du leider B. die Dinger sind zu kaputt, ey. Ja, bei mir ist der M103. Äh, M. Der, der, der. Ja, du weißt, was ich meine. Hab ihn! Hehehehe. Aber die stecken ganz schön was ein. Nö, auch seitlich. Der stand wirklich komplett seitlich zu mir. Ich hab den zwar total zersiebt, aber ein Crewmate überlebt in der Regel. Au. What just hit me. Final Blow. Hey, ich war nützlich. Hey, ich hab sogar noch auf Platz 4 geschehen. Nö, ich hab die Möglichkeit geschafft. Hehehe. Nice. So. Einmal noch stürmen. So. Wie wärs denn jetzt mal nicht mit 8-3? Warte, da gibt's nur Abtiers. Ja, ich merk das schon. Draußen gibt's nur Kännchen. Oh, die Map ist immerhin ganz nett, da brauchst du nicht so viel Gun Depression. Oh, die Map mit Top Tier ES3 wär nicht schlecht. Oh! ES6 oder ES3? Lass noch mal. ESX. Okay. Aber ES6. Lass mal zu A fahren. Hab keine Lust bei C drauf zu gehen. Da kommt nämlich dann irgendeiner mit Gun Depression vom Strand. Hey, die nervigen Heatschleidern sind auch bei uns im Team. Wobei die Deutschen können in Ruhe haben. Die Deutschen können auch den DF 105 haben. Ne, der ist 8-0. Stimmt. Stimmt, der ist ja viel höher. Jetzt haben wir noch ein Angebot bei den Deutschen. Was, was, was sind wir jetzt? Wir sind jetzt 7-3. Sie können noch den, den, den Kampfpanzer haben. Wo ist der erste Marder? 7-3? Oder 7-7? Ich bin mir nicht ganz sicher. 8-3. Alter, was geht denn mit diesem M56? Einfach drüber fahren. Ja, mach ich jetzt auch. Also, sorry, wenn du versuchst, mich ins Gebäude zu lenken. Aber du hast nicht die Kraft dazu. Soll ich ihn in einer Wand zermatschen? Ne. Lass ihn mal. Vielleicht hilft er uns noch. Vielleicht rettet er uns noch. Ja, außenrum. Klappt zwar meistens nicht, aber... Ich schwör dir, Alter, fahr halt außenrum. Ich stell mich jetzt nicht in den Körper. Hi. Guck, er hat mir das Leben gerettet. Er hat das Feuer auf sich gezogen. Oh, scheiße, Jagdtiger. Wie ungünstig. Ja, schon so ein bisschen. Und ich bin alleine und hab keine Heat-Freunde bei mir. Steht der unten? Ne, warte. Der steht außen. Kannst du den zumindest abhalten? War grad weg, meine Leute sollen das da unten machen. Welche Leute? Die jetzt grad nachkommen. Achso, die da ganz am Arsch der Welt. Ja, nicht, dass der mir halt jetzt in die Seite fährt. Kann der das so schnell? Ne. Der hat... Also jetzt würde er eh beschossen werden. Okay. Ich hör hier in die Richtung was. Ich würde den eigentlich gerade umfahren. Was? 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 2. Hat der was abgekriegt? Nö. Abgeprallt. Hi. Dahinter ist noch einer. Hau. Ich lad leider noch nach. Hau. 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 Das interessiert ihn nicht mehr. Nein, ich hab drüber geschossen verdammt. Ja, ich hab meinen Kill. Ja, okay. Hier ist einer. Auf der Brücke. Dann fahr da weg. Das läuft erstaunlich gut. Der hat jetzt ca. eine Minute nach. Ja, das ist einer der Mancos, warum ich diese Panzer nicht so gerne fahre. Dieser elendlange Reload-Zyklus. Vor allem, wenn man nur noch zwei Leute hat. Och, Mann. Was ist das hier? Ich werde von allen oder Seiten beschossen. Magst du den 4-5-Killen, der hier ist bei mir? Ja, halt den außen. Der blick. Don't look at me, this is funny. Au. Direkt am Eck, wo ich gestorben bin. Also, ich mach jetzt erstmal den hier weg. Scheiße. Komm, ich flieg auch nur rum. Au. Diesmal bin ich irgendwie nicht über den Boden gerutscht. Ist ja komisch. Ich bin, ich bin übrigens echt enttäuscht, dass du keine Tony Hawk Musik benutzt hast. Ja, ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Und rechtlich nicht, weiß ich nicht. Wie war das mit den unter 20 Sekunden oder so? Nö, ich mach ja ekel. Jetzt wird ja eh nicht monetarisiert bei den du Sturz. Zwei Flieger, David. Einer ist direkt überm Punkt, über der Mitte. Ich seh's irgendwie nicht. Fängt dran. Oh ja, der fliegt mich an. Und ich bin... So. Klar. Fall. Super. Achso, die Variante hat ja keine Bremsklappen. Leider. Au. Something is shooting at me. I don't like. Der Flieger hat ziemlich auf den Sack bekommen. Ich mach ihn fertig. So. Hätten wir den auch? Habe ich hier nicht vor irgendwo ein Heli? Au. Stop it. Die Flang kann nicht ab... Ey, wo schießt... Wo schießt ich denn mit nem 2S3M in nem Horey Production hin? Von der Seite? Äh, frontal unter die Wanne am besten. Ja, von... Von... Von der Seite. 90 Grad. Ich hab den in die Seite geballert. Nichts. Ja, das interessiert den nicht wirklich. Guck mal, ob ich denn von hinten anfahren kann. Oh Gott, ein Skink ist eklig. Da komm ich nicht durch. Oh, scheiße. Ein Radl. Oh, da fangen schon viele auf der Map rum. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Auf der Brücke. Auf der einen. Bei unserem Spawner oder die dahinter? Ich glaub die dahinter. Ich glaub, dass er hier steht. Ja, er steht da oben, ist ziemlich kaputt, aber ich hab ihn leider nicht getötet. So, IS-3. Bei A stehen jetzt, wenn ich's richtig gesehen hab, ein FV und der 10-5er-Tiger. Damit willst du mitkommen? Alter, der Huri lebt immer noch. Die Dinger sind kaum tot zu kriegen. Ich glaub ich komm nicht zu dir rüber. Deswegen bin ich auch drüben gespawnt. Auf der anderen Seite. Ist ja kaum noch durch. Hi. Au. This could be a problem. Ich hab nen Jagd. Ich hab nen Jagd. Äh, Panther vor mir. Au. Und der 10-5er steht ganz außen. Also auf der linken Flagge könnte ich Support brauchen. Ich hab jetzt erstmal den Radl weg gemacht. Eins nach dem anderen. Ah, ich komm noch mit der ILC. Oh, oh, oh. Okay. Oh, sehr schön. Seitlich? Ne, frontal, die Unterwanne. Oh, ist denn der Tiger P jetzt? Warum fährt dann Tiger P? Wo ist der? Mitten in der Stadt. Hm, da steht er gut. Feindlicher Flieger hinter unserem Spawn. Der Tiger P müsste irgendwo hier so in der Ecke sein. Was? Feindlicher Flieger? Der fliegt jetzt rüber B gleich. Naja, da war leider das Hochhoch, das eine dazwischen. Sonst wäre Dode wahrscheinlich. Der Tiger P ist raus. Komm schon. Alter, ich schwör dir. Ah, ich liebe hochmoderne Flaks im niedrigen, in Anführungszeichen niedrigen Battle Rating. Ne, ich sollte das Fliegen heute lassen. Also die linke Flanke ist völlig überseucht mit Gegnern. Drei Flugzeuge. Ach zur Hölle? Ach guck mal, der hat ja auch gekillt. Ist ja schön. Der ist von unserem Spawn, ist der gekommen. Echt? Hä? Ja. Wo steht der denn? Kannst gleich markieren. Hier ist er grad gefahren. Okay. Aber das kann schon sein, oder? So, welch mit? Uh! Wollte ich gerade beschließen. Welch mit? Welch mit? Ne, dann traden wir halt. Aber Hauptsache der 10 Fünfer ist jetzt endlich mal raus. David killt die Leute, die ich kille. So, das ist jetzt nicht mehr wirklich lukrativ. Also Punkt! David, traust du dich mit zu A? Äh... Fast. Ja, eigentlich nicht, aber okay. Alter, wenn ich nicht, wenn ich zu A fahre, kannst du das auch. Das schafft jetzt halt ich überhaupt nicht. Ne, tun wir auch nicht. Der Team hat komplett versagt, was die Punkte angeht. Ich hoffe, dass ich noch in B reinkomme, aber... Hattest du nicht mehr. Hattest du nicht mehr. Ne, vor allem nicht, wenn unsere Leute sterben. Alter, dieser Hurin, ne? Nullmal gestorben, 7 Kills. Läuft bei ihm. Und der steht im Grunde nur dumm rum, ne? Ne, der fährt die ganze Zeit dumm rum. Äh, der hat sich ziemlich viel bewegt sogar. Verloren. Tja, tja. Und jetzt bin ich bei B angekommen. Sieger der Herzen. Definitiv. So, Leute. Das war 7-3 Russland. Äh, nicht unbedingt mein Favorite-Deck, aber ab und zu mal ganz lustig. Vor allem, wenn man Top-Tier ist. Ansonsten spiele ich lieber andere Tiers bei Russland. Wünsche wie immer in die Kommentare. Wir bedanken uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. cottpick,